Ich spiele hier in Düsseldorf in der NBBL, also der U19-Bundesliga von den ART Giants. Und ich habe jetzt hier mit drei Kollegen aus meinem Team mitgemacht bei der 3 gegen 3 Liga. Wir haben alle Spiele gewonnen, außer jetzt gerade das Halbfinale gegen Hannover. Das war ein sehr cooles Spiel, aber wir haben halt leider verloren. Das macht sehr viel Spaß hier zu zocken. Ich bin jetzt auch schon zum dritten Mal hier. Und das ist halt cool, weil 3 gegen 3 ist was Neues und das viel schneller als 5 gegen 5. Und man spielt halt sehr viele Spiele in einer kurzen Zeit. Das ist Wahnsinn. Also wir fingen dann vor zwei Monaten mit 21 Teams an, was ich auch schon ganz toll fand. Aber ich meine, wir enden hier gerade mit 43 Teams im Düsseldorf-Finale aus sechs Nationen. Das ist unfassbar. Also man merkt einfach, wie die Stadt Düsseldorf, aber wie auch Leute in ganz Europa darauf gewartet haben, dass es endlich mal so eine Events gibt, die unabhängig vom 5 gegen 5 organisierten Basketball stattfinden. Ich bin vor allem auch stolz darauf, dass wir 15 Teams aus Düsseldorf haben. Und davon sind über 50 Prozent keine 5 gegen 5 Spieler. Das macht mich am meisten stolz und ist so wunderbar. Die Leute spielen permanent Basketball draußen. Es liegt einfach nur an dem einen Verein, der die mal abholt. Und das sind halt wir. Und das sind halt wir.